Also gut, los, raus mit der Sprache. Was wollen Sie? Sie machen sich wohl Sorgen um Miss Sanders, Martin. Keine Ursache, solange Sie vernünftig sind. Was haben Sie mit ihr gemacht? Wo ist sie? In der Wohnung von Bekannten. Sie ist dort gut aufgehoben, keine Angst. Sobald wir uns einig sind, sage ich meinen Freundinnen, dass ich sie gehen lassen soll. Einig worüber? Was wollen Sie? Ich möchte nicht handgreiflich werden, Mr. Martin, wenn es sich vermeiden lässt. Ich möchte mich in Frieden und Freundschaft mit Ihnen einigen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Und der wäre? Sie haben einen Schlüssel. Einen Nachschlüssel von Mrs. Curtis Schlüssel, den Sie dem Inspektor gegeben haben. Ja, und? Sie geben mir den Schlüssel und ich lasse Miss Sanders frei. Sie wollen nicht. Erst will ich sicher sein, dass Ruth nichts passiert ist. Wenn ich weiß, dass sie frei ist, dann können Sie den Schlüssel haben. Gestatten.